okay leute da war schon viel schönes dabei aber die szene wenn wir uns begegnen bitte richtig künstlich und so dass uns das niemand abkauft weil wir das ist einfach so als ob wir uns zufällig getroffen haben aber ganz ganz schlecht gedreht wenn du fängst an das war sehr gut beim letzten mal aber bitte noch bisschen künstlicher und gespielter zufallsbegegnungen crowdfunding die was haben wir die die fünfte mensch der und der nicknack das ist ja das ist ja ewig ich meine mal wann haben wir uns das letzte mal gesehen das ist ja schön wenn ich dachte gar nicht du lebst ja noch ich habe ja gerüchte gehört ja also dass ich zu den let's play angegangen bin oder was ist ein stress aus der pulle ja gut dann auf euch schön dass ihr wieder da seid schön dass ihr wieder da seid herzlich willkommen zu einer zufallsbegegnung lang ist sehr wir sind immer noch dieselben drei haben das war gut gute improvisation denn ein bisschen freundlicher und nick nick war so ein bisschen gibt mal ein bisschen alles und jetzt zum thema wir waren lange weg weil wir einfach gedacht haben kommen das wird eh nichts mehr und lassen den ganzen kram und dann kam uns die idee wie wäre es mit crowdfunding ja lasst uns mal gekickstartet sein lasst uns start nexten lasst uns game table toppen oder wie das alles heißt und das passt ganz gut zu unserem hauptthema pen paper denn da ist ja momentan eine welle an crowdfunding objekten unterwegs und wir wollten einfach mal darüber reden haben wir erfahrungen gemacht welche erfahrungen haben wir gemacht wie finden wir das finden das gut wo sind die positiven sachen wo sind die negativen sachen und mit diesen vielen fragen haue ich erstmal rein in allgemeine habt ihr schon mal crowd gefeindert hätte doch keiner gemerkt warum verrätst du das ja ich hab das schon mal gemacht natürlich ich bin ja auch momentan aktiv bei mir auf dem kanal auch mit ein wichtiges thema weil ich das thema wieder für mich entdeckt habe ich habe vor fünf jahren bei dem umlaut rollenspiel mitgemacht bei dem crowdfunding dazu sagt euch das was nee ich wusste nicht mehr dass vor fünf jahren schon crowdfunding ja ja das aber mehr die sache ist halt die das ist gleich ein kleines sagen wir mal ein halbes negativ beispiel weil das ist bis jetzt noch nicht da ja ja also derjenige der das verursacht hat das rollenspiel der ist auch noch aktiv der gibt auch noch updates und der ist steht auch in der rollenspiel öffentlichkeit also der ist auf jeden fall nicht weg vom finster leider das problem dass ein lektor dann zwischendrin aufgehört hat und und jetzt findet er keinen und also ich sagen aber das ist halt ein negativ beispiel aber positive beispiele gibt es da ja mehr ja und da habe ich halt jetzt mitgemacht bei der kaiser retro box von ulysses darüber bin ich dann zu hexen gekommen hexen 1733 auch von ulysses und da bin ich dann zu der redaktion fantastik gekommen zum seelenfänger also das sind die drei projekte die ich bis jetzt unterstützt habe und ja bin sehr zuversichtlich und freue mich auch schon drauf gut das heißt genau unterstützt hast du die aber du hast noch kein produkt zu hause nee das ist ja jetzt alles innerhalb der letzten zwei monate sage ich jetzt mal gelaufen nur ganz kurze info für alle die das jetzt sehen sehen fänger gibt es ein großes interview bei mir auf meinem kanal mit dem jörg köster dann jell du bist ja längst keine crowdfunding jungfrau mehr du hast eine menge boxen oder zeug bei mir ist es tatsächlich so ich habe zwar sehr sehr viel gefundet aber ich habe kaum boxen also ich glaube das ein gedruckte crowdfunding regelwerk was ich besitze ist der dark eye weil ich irgendwie schön fand ich mag ja ich mag das schwarze augen ich mag das setting ich fand es schön das einfach mal auf englisch zu haben und dann im zweifel auch noch mal zu gucken ob das nicht wie das eigentlich ist wenn das mit leuten spielt die halt nicht vor sozialisiert sind wie es hier im deutschen fachraum leider oder leider oder nicht leider ist aber die meisten sachen die ich unterstütze sind rein digital also ich habe ich weiß gar nicht müsste noch mal zählen dutzend oder so projekte bisher unterstützt dabei sind ganz viele ja auch bekannte sachen zum beispiel siebte sehne zweiten edition das war ich glaube das erfolgreichste rollenspiel crowdfunding aller zeiten mit kann gerade noch mal nachgucken eine millionen dollar oder so also es war noch richtig ordentlicher betrag und ist auch richtig abgegangen da läuft glaube ich immer noch oder ist gerade um der die zweite kampagne zum nachfolger oder zu einer alternativen welt diesen asiatisch angehaucht ist da bin ich auch wieder dabei aber was ich eigentlich am liebsten mache ist projekte zu unterstützen die sonst vielleicht gar nicht rauskommen würden und das sind kleinere sachen das sind beispielsweise aktuell der sprawl cyberpunk rollenspiel was gerade vom uberg verlag auf deutsch gekauft findet wird es sind aber tatsächlich deswegen auch hauptsächlich englische titel weil die natürliche rollenspiele haben sie haben kleinen markt in deutschland insbesondere merkt man daran dass selbst ulysses der größte deutschsprachige rollenspiel verlag wenn ich mich nicht täusche für seine projekte inzwischen fast immer crowdfunding verwendet und da jetzt auch keine millionen rauskommt oder so und es gibt aber jede menge kleinere projekte und diese kleineren projekte zu unterstützen finde ich deswegen hat auch super spannend weil dann komplett neue rollenspielideen rauskommen also beispielsweise habe ich ein ein spiel vor kurzem bekommen wenn ich bekommen aber das ist das ist jetzt gerade so halbverlust perseverant und das ist ein rollenspiel bei dem man kommt komplett gemeinsam erzählt wie man durch eine durch eine wildnis reist und dabei gefahren begegneten oder denen aus dem weg geht und es hat halt nicht so ein klassisches rollenspielsystem nach dem modulischen spielleiter das gegner würfelst dagegen sondern es geht mehr darum den kampf mensch gegen natur oder den kampf mensch gegen mensch der kampf auch mensch gegen sich selbst es ist deutlich ich nenne es mal moderner man könnte auch sagen künstlicher im sinne von von kunst als viele andere spiele und da gibt es ganz viele kleine sachen was ich aber auch sehr sehr schön finde und was glaube ich das letzte projekt das unterstützt habe auch sind rollenspiel zubehör geschichten und die habe ich auch wieder physisch das ist beispielsweise hier npc for hire npc for hire ist ein kartensatz das ist relativ simpel das sind karten mit bildern von nsc drauf auf der rückseite ist nix das ist einfach nur ein bild vom nsc aber halt so ein ganzer stapel und davon stück für verschiedene die elfen und zwerge menschen weitern sofort und sowas das habe ich auch übers crowdfunding oder das hier das ist eine würfel box könnte man sagen oder rollenspiel box da kann ich in reihen irgendwie meine würfel und miniaturen packen und stift und mit dem stift kann man hier noch schreiben das wieder abwischen und was ich auf jeden fall heute erzählen muss diese dinger hier das war eines meiner ersten crowdfundings hier steht doch schon darauf smoky campfire und das sind so kleine rote dinger drin das nennt sich adventure sense das sind kleine perlen die schüttelt man macht es auch stellt auf den tisch und schmeißt und ja schüttelst dabei geschickterweise nicht durch die gegend aber dann riecht es in diesem fall nach smoky campfire im raum also man hat damit die möglichkeit und beschreibung zu machen und bilder hochzuhalten sondern hat auch die gerüche im raum ich gebe zu die box mit hafen viertel die mache ich nicht so häufig auch ja und dann als allerletztes in gewisser weise auch crowdfunding ist etwas was zumindest wenn und ich ja auch sozusagen von anderen seite kennen patreon patreon ist auch crowdfunding funktioniert danach dass man für etwas was man macht geld von den zuschauern bekommt die sich sozusagen damit per spende bedanken und das eben auch ist ähnlich finanziert wird über du musst das einkaufen oder ich habe irgendwie werbung oder was dann es wird finanziert über viele leute die alles ein kleines bisschen was beitragen und das ist ja beispielsweise bei ben und bei mir auch wir haben beide kleine kleine patron kampagnen laufen und sind deswegen was crowdfunding angeht im rollenspiel bereich tatsächlich auch auf der anderen seite mit aktiv richtig das wäre auf jeden fall ein thema das ich nachher noch ansprechen will ich schalte mich ganz kurz nur ein ich habe auch gar nicht so viel ich habe 2014 angefangen die berge des wahnsinns zu crowdfunding a weil ich die kampagne bei pikasus verpasst habe zu kaufen b weil ich immer mal so ein handliches kleines buch für die handtasche haben wollte das sind alle drei leck mich am arsch mein dickstes rollenspiel buch ich habe nur hat so diesen drang ist das die welche edition ist es denn da 750 seiten das die letzte gewesen also nicht die aktuelle sondern sechste dann vor genau aber ist ja alles kompatibel ja dieses kleine schätzchen und jetzt ganz aktuell konnte ich nicht an w20 vorbei werwolf 20 mir von du lich das geholt und ich finde es auch sehr schön dass die alte welt städte durch die wieder auf lebt dann habe ich jetzt ist glaube ich noch zwei tage aktuell star finder gekauft von dort weil ich mir das auf englisch durchgelesen hat ganz ziemlich gut aber wenn es auf deutsch übersetzt wird warum nicht und weil ich auch ein paar brettspiele habe habe ich mir von zombies seit die nächsten update gefahren oder das jetzt wieder brettspiel mäßig green hort die orks dazu und nick nick du hast gesagt das erfolgreichste crowdfunding in deutschland meintest du wahrscheinlich mit der millionen oder sie meinte siebte see und siebte see war englisch und es ist aber weil alle millionen deutschland abrufen das ist ja nicht das erfolgreichste crowdfunding das erfolgreichste rollenspiel crowdfunding und bei brett spielen gibt es noch größere weil ich habe nämlich jetzt mal ein bisschen geschaut also dieses zombie site ist schon unglaublich da kommen wir vielleicht auch zum thema crowdfunding dann das hat über kickstarter auch crowdfund hat fünf millionen eingespielt wollte 300.000 haben und das sind jetzt so ein bisschen die sachen ich nehme jetzt mal als beispiel ulysses weil die am mit am stärksten kopf von 19 projekte seit 2015 in frankreich übrigens ist es blackbook edition die sich so ziemlich alle systeme greifen und auf französisch übersetzen das auch immer über crowdfunding machen und ulysses hat jetzt zuletzt starfinder dann die philassion sage hast du schon gesagt hexen hast du gesagt kaiser retro also letzten drei warst du dabei dann passfinder magus in 20 kutulu kossober mit passfinder werwolf im zombie kobolde fressen babies eine con die vampir w20 rauskommen können sozusagen haben sie gefunden ein spielleiter buch mit tipps für spielleiten und 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 wenn man sich die dinge so anschaut die sind alle durchgekommen und die haben alle ihr soll erfüllt meistens um das doppelt wenn nicht sogar also um um prozent zahlen die die man sich nicht also kutulu passfinder cross over 1500 prozent vom eigentlichen wert kaiser retro box 4000 aus sechs prozent die sind hundert sieben tausend euro haben die damit eingenommen der stadt der der größte ist vampire w20 das war ganz frisch mit 113.000 euro das sind natürlich summen da reibt sich der verlag die hände also nicht der größte also die hexen hat 116.000 und man muss beim betreten natürlich auch immer aufpassen also das klingt jetzt auf die erst auf den ersten blick relativ hoch und list es hat auch noch den vorteil dass sie eine eigene plattform verwenden und deswegen vermutlich deutlich geringere gebühren zahlen als wenn man bei kickstarter wäre bei kickstarter zahlt man ich glaube etwa zehn prozent allein und vor allem kickstarter dazu dann noch steuern und so weiter und so fort ach dieses game on tabletop ist von ulysses ne das ist nicht direkt von ulysses aber das ist ein eine firma die mit denen auch sozusagen gut bekannt ist und also ulysses ist wenn man auf wenn man auf game on tabletop guckt da mit abstand der größte kunde das heißt also die sind die die haben auf jeden fall da gute konditionen rausgehandelt also sollte wenn ulysses da das gleiche zahlen sollte bei kickstarter dann haben das falsch gemacht weil dann wäre es für sinnvoll direkt auf kickstarter zu gehen und was man auch nicht vergessen darf die startzahlen die bei den kickstartern stehen oder nicht beim kickstarter aber die bei den ulysses crowdfunding stehen das sind zahlen zu denen es sich nicht unbedingt für den verlag lohnen würde das heißt also es ist sehr sehr viel marketing dabei dass man diesen betrag natürlich gezielt auch so niedrig wie möglich setzt damit an dieser effekt eintritt acht dass es gefundet und da gibt es coole extras da mache ich mit und nicht dieses auch da fehlen ja noch 5000 warte ich lieber mal ab ob ich noch unterstütze wenn man mal guckt wie so rollenspiel projekte auf kickstarter sind die haben meistens fünf bis zehntausend euro aber eher zehntausend euro als startbetrag während es ja bei ulysses irgendwie paar tausend 3000 4000 euro und ich meine mich zu erinnern dass auch mal bei einem panel einer von ulysses gesagt hat dass ich sozusagen dieser betrag nicht rechnet aber das ist einfach so von der marfa marketing her so funktioniert und so gemacht werden muss damit man die dinge auch durchfinanziert bekommt ja wir haben ja nicht das vorgehen sie kriegen sie durchfinanziert also und zwar um ziemlich viel du hast es gesagt es gibt diese stretch goals das heißt wenn man seine 3000 hat und das ding wird gedruckt was ja dann vielleicht eine nullrechnung ist vielleicht ein kleiner gewinn aber was dann einfach sicher ist das ding kommt raus dann gibt es diese kleinen stretch goals ihr habt jetzt auch schon gefundet geht ihr nach stretch goals also man freut sich dass ein bisschen was mehr ist aber ist es auch der grund dann so weil du gerade gesagt dass da gibt es viele kleine gutes dazu also für mich ist es tatsächlich nicht also ich fand ja hauptsächlich rollenspiele und ein paar brettspiele crowdfunding rollenspielen habe ich noch nie gesagt das ist ein cooles goodie also ein cooles stretch goal was rauskommt muss natürlich auch unterscheiden zwischen stretch goal das gibt es weil mehr leute fanden und exclusives also dinge die man exklusiv bei bei der crowdfunding plattform erhält das ist teilweise das kann das gleiche sein dass kann stretch goal geben was du nur kriegst wenn du bei crowdfunding dabei warst das kann aber auch dinge geben die kriegst du nur wenn du bei crowdfunding dabei war es aber von anfang an sind als kein stretch goal und es gibt auch dinge die sind ein stretch goal sind ab am ende auch im produkt drin soweit ich weiß es bei ull ist es fast ausschließlich nachher auch im produkt drin also bis auf es gibt die du noch extra kaufen muss also diese paar sachen ja und und addons genau und beispielsweise für mich war damals siebte see zweite edition ganz einfach deswegen so erfolgreich mit meiner ansicht nach weil die hat gesagt haben wir bieten dir für 20 dollar die pdfs von siebte see und zwar siebte see zweite edition alles was wir jetzt raus bringen und siebte see erste edition alles was schon draußen ist und das für 20 dollar da kann man einfach nicht nein sagen das kriegst du also das ist wenn du das jetzt versuchst nachzukaufen sind das tausende dollar mindestens wenn ja 10.000 vielleicht noch nicht aber es sind einfach beträge wo man darüber nachdenken würde normalerweise und dadurch haben sie es da geschafft extrem erfolgreich sehr viele leute anzuziehen und auf sowas achte ich auch also was sind die dinge die ich jetzt konkret bekommen wenn sie unterstütze aber was sind die dinge die ich durch die stretch goals dazu bekomme das hat mich bis jetzt bei keinem projekt überzeugt auch nicht bei den brettspielen da gibt es dann irgendwie neue plastikfiguren oder die plastikfiguren werden irgendwelche pappmarke menschen als plastikfiguren gemacht mir kommt es mehr auf den inhalt an im sinne von regeln texte mechanik setting und da passiert nicht unbedingt so viel da gibt es dann ab und zu eine zusätzliche kurzgeschichte oder ein zusätzliches vielleicht ein zusätzliches kleines mini setting aber da gibt es meistens halt auch nicht wirklich viel dazu weil die crowdfunding so gebaut sind dass hier sich sonst auch nicht finanzieren würden alles was du komplett neu machen musst kostet ja extra aber das geld was du pro bäcker bekommst bleibt gleich das heißt also dann musst du auf einmal doppelt so viele bücher drucken weil du irgendwie über die stretch goals die bücher versprochen hast kriegst aber pro bäcker immer das gleiche geld ist was 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 ich gehört habe was auch für viele wichtig ist für mich ist das ziemlich egal ja also für mich sind die stretch goals so das salz in der suppe sage ich jetzt mal also ich mache jetzt nicht was ich schon gemerkt habe es gibt wohl leute die gucken sich rollenspielsysteme an oder crowdfundings an und steigen dann relativ am ende ein wenn jetzt viele stretch goals freigeschaltet sind ist mir schon aufgefallen das ist dann am ende zu dieser dieses web der noch mal kommt ja wo da noch mal so ein push kommt am ende das sind halt die 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 nach den stretch goals gucken für mich ist es halt interessant ich habe 50 euro investiert und mit jedem stretch goal was ich erreiche wird es quasi billiger für mich weil ich immer mehr und mehr dazu bekommen das ist schon interessant und für mich ist es so ein bisschen sogar wie 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 sport ja so zwei wochen das ist für mich meine kleine interne wm einfach weil da sitzt man da und es sind jetzt noch 20 tage so und jetzt und es ist noch ein mini abenteuer dabei und noch acht seiten von quellenband mehr und das wird mittlerweile jetzt wird sogar gedruckt und dann gibt es noch ein lesezeichen und und ich gucke dann immer rein ich poste das dann auch mal auf meine facebook seite und weil weil es einfach wie man freut das so ein bisschen auch an ja also für mich ist es dann spannend also ich bin nicht über so ein ding mitmachen dann gucke ich da jeden tag rein also lese auch dann die kommentare mit und so weiter und so viel spaß für wenig geld ja und auch jetzt hier ist parallel während ihr sprecht gucke ich jetzt gerade noch mal hier bei der seelenfänger kampagne rein weil da ist es ja da ist jetzt der unterschied zu sehen das ist mir aufgefallen bei ulysses bei der casaretro box die haben mit relativ niedrigen stretch goals angefangen ich weiß nicht ob die davor die über diese diese zahlen noch nicht hatten oder diese idee wie hoch das überhaupt schießen kann weil die haben ja am anfang für 500 oder 4000 euro schon ein stretch goal angeboten die haben diese stretch goals veröffentlicht und innerhalb von einer halben stunde waren die alle erledigt also da haben die leute innerhalb von einer halben stunde 5000 euro zusammengefandelt und die stretch goals waren weg und die haben die haben dabei der kaiser retro box ohne ende neues material dazu gebaut gebaut das ist jetzt bei den späteren crowdfundings sind die schritte schon höher geworden das sind die schon auf 2500 euro gegangen bei hexen zum beispiel und nicht mehr die kleinen schritte um halt wahrscheinlich auch weniger reinschießen zu müssen weil das ist ja alles immer so ist schwer zu kalkulieren und zum beispiel kleinere rollenspielsysteme jetzt zum beispiel ich muss es einfach weil ich mich damit beschäftige sehen fänger jetzt die haben zum beispiel als grund funding ziel haben die schon 5000 euro gehabt das ist schon höher als bei ulysses crowdfunding geben mit teilweise mit 2500 euro jedes crowdfunding beginnt mittlerweile und bei denen ist der nächste schritt 7500 das ist für ein kleines rollenspiel ja sehr sehr hoch wo auch jetzt nicht 700 unterstützer dabei sind die werden wenn sie wenn sie am ende mit 150 unterstützer rausgehen wenn sie sich freuen und das das mit der anzahl das ist ja tatsächlich nicht so ungewöhnlich wenn man sich die ulysses crowdfundings anguckt die werden auch getragen von 100 etwa 100 leuten die jeweils 300 400 euro in ein einzelnes crowdfunding reinstecken und damit sozusagen finanzieren also nicht ganz das kommt von der gesamtsumme nicht ganz hin aber sind sozusagen sehr sehr wenige gefühlt die sehr sehr viel geld investieren das sind weit über weit über 500 leute gewesen jetzt bei bei hexen und auch bei 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 dsa bei der kaiser retro box und man kann es ja auch so riesen beträge am ende zu sagen ja natürlich gesagt für für wenig geld aber ganz kurz wie viel hast du für hexen crowdfunded wie viel muss man reingeben man fängt mit 50 euro oder was ich bin ich bin ich bin auf die ich bin auf die nächste höhere gegangen auf 100 euro weil da gibt es dann wieder viel mehr dazu viel spaß für wenig geld ist schnell gesagt aber ich habe hier das werbebuch gefundet und ich habe das da sozusagen gekauft also gut ich habe glaube ich zehn ich glaube zehn euro gewinn gemacht weil es kostet 79 und ich habe es für 70 gefundet aber es ist ich finde jetzt nicht dass man für einen kleinen batzen außer ich gehe komplett auf digital wie es der daniel macht ja wahrscheinlich schon günstiger aber wenn ich was haptisches und ich bin halt der sammler der was haptisches haben will dann bezahle ich den normalen preis den ich auch im laden bezahlen würde würden die das ganz normal übersetzen und raus bringen vollkommen klar das ist jetzt das war jetzt natürlich bei hexen weil ich wollte gerne noch den sl schirm und ich wollte gerne noch den kampagnen band dazu haben und so weiter deswegen aber jetzt zum beispiel ganz kurz gab es die umsonst dazu also die gab es als als addons oder als stretch goals nee die gab es dann in diesem paket ach so ja das war das heißt ein ruhmreicher jäger da gibt es dann das regelwerk gedruckt die werkzeuge des hexenmeisters also eine extra box noch mal den sl schirm das ist ja schon abgelaufen ja ja okay und jetzt bei sellenfänger meine ich jetzt nur um das noch mal da bekomme ich viel spaß für wenig geld 50 euro ja und da ist dann drin das gedruckte das gedruckte das gedruckte hardcover die pdf und das fernpaket in dem da ist eine tasse drin ein kurzabenteuer ein starter szenario und lesezeichen ein hörspiel poster das signiert ist noch von den künstlerinnen so ja das meine ich halt natürlich kann man viel geld investieren man kann auch bei bei irgendeinem crowdfunding 1000 euro reinpacken und taucht dann als spielfigur in der welt auf das kann man auch machen wenn man das möchte aber man kann viel und man kann aber auch wenig investieren man kann auch viel und man kann auch wenig bekommen ja ich sage aber um das mal zu sagen also die crowdfundings die sind tatsächlich tendenziell eher crowdfundings die von wenigen leuten stark finanziert werden also was schätzt ihr denn was der durchschnittliche betrag ist der jetzt bei hexen oder bei der dsa 1 grund box von einer person dafür investiert das kann ich jetzt hier sehen um die 100 um die 100 euro genau um die 100 euro bei seelenfänger sind 70 und wenn man sich sowas anguckt wie die klassischen englischsprachigen crowdfundings da liegen die er bei 40 50 dollar weil du da halt dafür ein buch kriegst und über die stretch goals sachen rein also im vergleich ist sind die ulysses crowdfundings eher finanziert nicht über die masse sondern darüber dass die leute einfach viel mehr geld investieren in das produkt das ist das sind sammler einzelne sammler die die sehr viel investieren genau also wenn meldet sich so gehe ich auch tatsächlich an mein crowdfunding an um mich kurz zu sagen also stretch goals sind schön aber da bin ich anders da bin ich wie denn auf der einen seite mit dem sport den stretch goals sport und auf der anderen seite wie daniel mit dem nicht mit dem mich interessieren keine zusätzlichen kleinen inhalte wie figuren und sowas bei zombicide habe ich kraft von das mal so und war tatsächlich wie denn dabei und habe jeden tag geguckt wieder hunderttausend mehr was für beträge ja also wirklich krass und wieder eine neue figur und jetzt habe ich für den normalen preis des spiels habe ich glaube ich 100 figuren mehr plus halt exclusives dies nur so gibt da habe ich wirklich kraft von weil ich diese extras haben wollte und das macht halt attraktiv halt ja ja ulysses war ich der sammler was daniel eben gesagt hat ich wollte werwolf ich will starfinder und alles und da waren auch die stretch goals gar nicht so geil also da musste ich zum beispiel deshalb habe ich noch mal gefragt jetzt eben bei dir musste ich die werwolf sachen alle einzeln nachkaufen als addons also alle meine anderen bücher habe ich da auch kaufen müssen das gab dann die pdfs und es gab die redcon karte und ich stehe hinten im buch drin das war's dementsprechend habe ich eigentlich nur das buch normal gekauft mit ein bisschen ja das heißt nicht mal guten gefühl weil und jetzt kommt so ein bisschen auch die kurz kritische frage rein ich der verlag kriegt das das ist schön das heißt ich hol schon mal nicht bei amazon das freut mich ich bin momentan so ein bisschen auf dem trip ihr seht ja auch wenn ich im place bei mir bin im laden versuchen wir dem ein bisschen zu helfen weil solche leben halt sonst eingehen und dadurch geht der kriegt das auch zum verkauf dann das werwolf ding aber natürlich die die crowdfund haben wollen das schon mal nicht mehr und das sind aber die fans die sammler die es wollen das heißt ich übergehe damit eigentlich meinem hobby laden den ich unterstützen will und ja ich glaube so ein bisschen der bittere beigeschmack den ich da haben jetzt in letzter zeit gehört dass auch bei julis ist zum beispiel die haben ihren vertrieb eingestellt das heißt die arbeit wir sind jetzt nur noch einer verlag die arbeiten jetzt nicht mehr mit externen partnern zusammen oder beziehungsweise nur noch im geringeren maße wenn jemand eine andere information hat bitte einstreuen aber das ist das was ich jetzt so mitgekriegt habe das bedeutet die wollen die haben den schritt gemacht und haben quasi den zweitverwerter zweitverdiener an zum ding komplett ausgeschaltet und vertreiben das jetzt direkt über online ist es gibt keine händler mehr die händler müssen es dann auch direkt bei julis holen und also in dem sinn gehen die quasi den schritt also sie haben quasi den den zwischenhändler mehr oder weniger rausgenommen und gehen jetzt direkt an die leute ran und das natürlich auch mit crowdfunding also ganz so ganz so stimmt das ja nicht sie haben den vertrieb an eine andere firma ausgelagert also sie haben gerade da einen partner der eben für sie den vertrieb macht was ich noch nicht weiß ist wie sie wie ihr lager aussieht also sie haben ja in dem gebäude in wald ems ein eigenes lager sieht man ja ab und zu auch in videos und das lager werden sie ja nicht so schnell los das gebäude ist wenn ich mich nicht irre sogar gekauft das heißt also vermutlich verwenden sie das lager immer noch aber sie haben an sich den für die vertriebsgesellschaft ausgelagert die spannende frage ist natürlich wie stark wird das werden sie jetzt auf die direkte schiene gehen und da gab es auch vor kurzem sehr spannenden beitrag vom patrick götz dem verlagsseiter vom uhrwerk verlag der in eine art state of the industry rede so ein bisschen erzählt hat darüber was er wie die räumspielbranche wie sich verändert hat und eine der sachen die er erzählt ist dass die margen über amazon geringer geworden sind und deswegen irgendwie über großhändler ist natürlich auch immer blöd weil dann muss man dem großhändler was abgeben der händler am ende muss auch noch was abkriegen das ist auch wieder für den verlag schlecht wenn man direkt an die händler geht das geht noch einigermaßen aber am besten ist es natürlich wenn der kunde direkt bei einem selbst einkauft und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten weil ich einerseits sage ich finde es auch gut lokal läden zu fördern aber andererseits ist halt auch immer die frage was der lokale laden konkret bietet also wenn ich an beispielsweise was denke wie den aber land hier in berlin dann weiß ich das ist nicht einfach nur ein laden das ist es ein szenetreffpunkt das ist was da da werden rollenspieler auch vorgestellt da gibt es fantasy lesung da gibt es alles mögliche das ist also eigentlich was wo du bezahlst das mehr bei produkten anführungszeichen nicht dafür dass die dass die produkte besser wären du hast einfach die unterstützung dieses dieser kulturellen einrichtung andersrum bezahlst du wirklich mehr das wage ich sogar fast zu bezweifeln bei rollenspielbüchern naja du bezahlst sozusagen nicht mehr im sinne von dass du geld mehr geld für dieses buch in die hand nehmen muss aber du musst hingehen du musst genau hingehen du bist nicht geliefert ja es dauert länger die sache später das als kosten zu hit naja ja viele sehen das sonst wird ja der klick zu amazon nicht so schnell sein also ich denke schon ja ja wie gesagt ich kann äh ich bin auch ein sehr bequemer mensch geworden durch amazon und natürlich amazon prime und wo man dann halt auch keine versandkosten bezahlt das alles tipptopp und man kriegt vor allem halt alles ich meine wenn man in den rollenspiel laden geht das ist halt weil es so viele produkte gibt es ist immer ein glücksspiel was man kriegt also es ist nicht so dass man sagt ich weiß jetzt ich bekomme das das auf jeden fall da geht man hin und naja ist es ausverkauft ähm aber aber man hat dadurch man bekommt dadurch meistens sachen auf die man so gar nicht gekommen wäre aber tatsächlich ist das zum beispiel also beratung von leuten man bekommt beratung von leuten die sogar das schon mal gespielt haben oder leute kennen oder meistens sitzen da leute die äh also in also in dem normalen rollenspielladen so wie ich den kenne da sind meistens auch plätze wo die leute drin sitzen und die zocken im laden und dadurch sieht man dinge die man so gar nicht auf dem schirm hatte oder ich habe jetzt zum beispiel äh ich war jetzt in bremen äh in einem rollenspielladen da finde ich das lang vergriffene kantalpan quellen buch von midgard das hat da wahrscheinlich über über jahre im regal gestaubt original eingepackt für 45 euro alle midgard fans die jetzt über 100 euro für das buch ausgegeben haben tja man muss auch mal glück haben ja allerdings muss ich da auch sagen wenn ich jetzt beispielsweise über mein eigenes kaufverhalten nachdenke dann kaufe ich extrem selten obwohl ich eigentlich gerne öfter wollte in rollenspielläden aus dem einfachen grund dass ich die ganzen großen sachen die es in den läden gibt dsa splittermond shadowrun solo vielleicht noch midgard das kaufe ich sowieso nicht wirklich also das sind alle dinge die die sind zwar irgendwie da und die kennt man aber im endeffekt kaufe ich meistens eher kleinere sachen eben meistens auch über crowdfunding und da hätte ich gar keine chance im laden das zu bekommen dann könnte ich mit dem händler reden und sagen hey da läuft dieses crowdfunding willst du nicht da ein händlerpaket crowdfunden und ich nehme mir dann eines der bücher aber zum einen sind die händlerpakete teilweise von den margen auch wieder so schlecht dass es sich nicht wirklich lohnt für die händler zum anderen muss der händler dann das ganze paket nehmen und auch den restlos werden deswegen ich mir nicht vorstellen kann dass der händler sagt ja super macht das machen wir sondern im endeffekt komme ich da nicht darum herum das ganze direkt beim verlag zu kaufen und wenn ich da mal kurz den anwalt des teufels spielen darf muss man natürlich auch sagen ganz genau genommen rein marktwirtschaftlich gesehen wäre es natürlich viel cooler wenn die rollenspielläden sich wirklich über community sachen finanzieren könnten beispielsweise zu sagen wir haben regelmäßig events mit eintritt und die events sind so cool dass die leute auch kommen und deswegen lohnt sich das und deswegen finanziert sich das werk über während die verlage für die produkte das geld kriegen und damit das geld in die produkte investieren können denn was man auch nicht vergessen darf die rollenspiel branche gerade in deutschland ist eine branche in der sehr sehr wenig geld verdient wird eigentlich fast jeder vielleicht außer einer handvoll person arbeiten da unter jedem standard den man den man als mindestlohn vielleicht noch ansehen könnte also seien es die autoren seien es die illustratoren sei es aber auch irgendwie vertriebsleute das sind alles sachen wenn die in einer anderen branche werden sei es nur nachbarbranche brett spiele die jetzt auch nicht die bestverdiensten sind würden die deutlich mehr geld kriegen weil einfach die in der rollenspiel branche die menge an leuten viel zu klein ist insbesondere in deutschland um damit die ganzen läden die ganzen verlage und so weiter vernünftig finanzieren zu können da muss man sich das irgendwie für uns die frage stellen wollen wir lieber dass ganz ganz viele leute irgendwie so ein bisschen lang kriechen und knapsen und nebenbei was machen und dann irgendwie nach einigen Jahren wenn sie da irgendwie nichts mehr machen können so ein bisschen blöd dastehen weil sie halt auch nicht haben vorsorgen können oder wäre das besser wenn es eher weniger gibt ein etwas stärker konsolidierter Markt die dann aber vernünftig davon leben können ich finde was das ja dann gibt das ist echt voll entschlossen weil das ist genau das Ding worüber ich mich immer aufrege und das ist ein deutsches Phänomen das sage ich jetzt nochmal klipp und klar hier es ist ein deutsches Phänomen dass immer alles jedem madig gemacht wird man kann nicht den Erfolg irgendjemandem gönnen man muss immer sagen ja aber der verdient ja das und das da dran und der verdient das und das und jetzt entliste er einen Mitarbeiter und hin und her nimmt Crowdfunding als Chance hört auf mit diesem Scheiß ja jetzt haben die wieder 1500 Euro eingenommen und wir bekommen als Ziel nur dass irgendjemand sich da hinsetzt und Let's Play macht die Rollenspielbranche ist sehr 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 klein und wenn jetzt zum Beispiel guckt euch mal die Artworks an wenn die Artworks von DSA zum Beispiel wenn die abwandern würden weil die sagen ja die Artist Director Nadine Schäkel und sonstige wenn die sagen wir verdienen doch viel viel mehr Geld bei in der Werbung dann sind die weg und was kriegen wir dann Zeichnungen wie vor 50 Jahren also lasst denen den Erfolg macht mit und hört auf alles immer madig zu rechnen und jeden Erfolg irgendwie klein zu machen also das finde ich halt immer furchtbar deswegen ist Crowdfunding mehr eine Chance als alles andere Machen wir doch gar nicht den um uns zu beschimpfen ich weiß ich weiß das kam schon nach einem extremen Schlusswort aber ich will gar nicht Schluss machen Leute wir machen dazu einen zweiten Teil oder da ist noch so viel umgesprochen und wir sind jetzt wirtschaftlich wir sind politisch geworden ich möchte bevor wir hier in den Schluss gehen euch ganz kurz mal sieht man das? ja ganz kurz mal hier teilen ich habe nämlich im Discord mal gefragt was über PNP Crowdfunding gehalten wird und da schreibt der Flost hier nach der großen Tasse Kaffee die man braucht schreibt er er hat es noch nicht gemacht aber ich finde es gut um zu checken ob es Interesse dafür gibt und danach sollte es auch im normalen Hobbyladen zu bekommen sein für etablierte Systeme halte ich es eher für fragwürdig also eher für kleine Systeme das sagt auch Kasna für unbekannte oder nichtige Dinge da sind die also voll auf Nicknacks ja ich unterstütze die kleinen Sachen und Piet schreibt ja ein guter Weg um kleinere Systeme veröffentlichen zu können es besser zu wissen ob es überhaupt Interessenten gibt als auf Büchern sitzen zu bleiben und Unkosten zu haben Urweck und Ulysses machen dabei größtenteils einen guten Job aber das ist tatsächlich auch gerade nochmal ein guter Punkt der da aufkommt der so ein bisschen an das anschließt was Dan gerade gesagt hat wenn man jetzt sagt naja irgendwie die kleinen Verlage die können das machen aber die großen Verlage die können das auch selbst finanzieren gerade irgendwie wenn man sagt Ulysses ist doch der größte deutschsprachige Verlag Lass uns genau auf dieses Thema im nächsten Teil eingehen das ist doch fantastisch weil genau dieses was auch der Kanzler geschrieben hat da werde ich im nächsten Teil einen Monolog halten ja zum Thema große und kleine Verlage zum Thema von wie Handel funktioniert und das werde ich euch dann im nächsten Teil sagen das ist nämlich ein sehr emotionales Thema für mich okay das und noch viel mehr im zweiten Teil von Crowdfunding wenn wir unser Stretch Goal erreichen ja vielen Dank wir sehen uns im zweiten Teil macht's gut tschüss sehr schön da kommen wir jetzt direkt so neu starten los geht's ich bin warm gelaufen okay du wirst kurz abkühlen weil das ja rendern muss wenn wir jetzt neu starten fünf Minuten wir sehen uns gleich wieder rendern ah ja dann sehen wir uns gleich wieder ich öffne gleich wieder nicht gut